Ey, ich hatte auch gerade Curry, mein ganzer Schreibtisch stinkt. Weil so extra Curry dabei war, das hab ich komplett verteilt. Wer isst denn Gulda, Ron? Scheißegal, Hauptsache, riecht gut! Ich wollt grad sagen, bist du das, Ben? Aber nee, du bist ja drinnen. Hi, Ben! Ben, Junge! Waaaaaah! Waaaaaah! Blaukraut bleibt nämlich Blaukraut. Mhm, Blauklaut bei Blauklaut. Ich versuch's gar nicht erst. Ruhig hab ich mich jetzt nicht. Denk dran, dass du aber Legendary's dazu anlegen könnt. Oh nee, jetzt ehrlich. Oh nee! Ja! Schattenkram! Uh! Sogar mit dem nächsten Patch kriegst du eins. Juhu! Ja, das muss man sich erarbeiten, ich will das geschenkt haben. Aha. Wieso dauert das hier so lange? 19 Minuten? Was? Die für die Weltbosse, die Quest kann man nicht teilen, die muss jeder Server mitnehmen, wollte ich grad sagen. Ja, wo ist das? Direkt neben Chromie rechts. Nein! Nein! Ey, nein, jetzt bin ich auch grad durchs Portal. Oh, ich krasse aus! Ah! Es fällt nur noch Tank, wer wir zwei sei. Ich muss erst mal die Quest annehmen. Hallo? Geht einfach auf die Säule hoch, ähm, wo ihr startet und vergesst nicht, den zu unterbrechen. Warte, da die Haare nach Mitte macht mich. Ich bin heller, ich muss nicht. Euer Begleiter findet den Weg nicht. Ja, das ist schön. Ja, ist bei mir der selbe Scheiß. Hunter Begleiter sind Frauen. Hast du nicht gesagt? Uh! Hast du irgendwas gesagt? Ne, das war grad, äh, die Störung irgendwie. Irgendwie dieser Encounter, ich halt die Spannung nicht aus. Ja, das ist schon krass. Toll, ich kann meinen Kataklysmus nicht setzen. Super. Du musstest nur wollen. Ja, ich drücke doch! Ups! Da haben wir Kackstift raus. Was war das, Alter? Was sind das für Tiere? Die können fliegen. Ja, Alter, schon wieder, Alter. Ich hab mich da jetzt einfach auf sieben Minuten Fights eingestört. Naja, fast. Insgesamt. Insgesamt, ja. Ach, der Fight war schon geil. Ja, geht so. Ja, sag mal. Mach einfach irgendwen. Ja, danke. Auf jeden Fall den einen Heiler und ein paar CDs. Mach doch für irgendwen, alle haben wir ernst raus. Auf jeden Fall den Heiler, Alter. Alle beehrt wurden, nur die Heiler. Yeah, we got it! Einfach gefickt, Amina. Wir haben ja auch Anweisungen bekommen hier. Genau. Ja, das ist ja auch richtig. Da ist er. Er ist schon wieder da. Respawn. Der ist ja freundlich. Ja, der ist ja hier. Aber nicht anhinten. Anhinten? Die sind nicht alle da. Oh, Bödefels CDs sind ausgelaufen. Wir zünden jetzt mal KR. Es klingelt die Hände auf sich einfach nie! Alter, Gold. Wenigstens das ist wie in einer anderen Region. 2000. Uff. 2000. Gold im Bonus-Roll. Was für Zeiten. Was für Zeiten, in denen wir leben. Druiden sind komische Leute. Iku. Schöne Heizkriege. Oh, da ist Schattenkrieg. Schattenkriegen. 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 Bei den blauen Jägel folgen. Wie einfach fast die komplette Gruppe tot ist. Ich hab's wohl gar nicht verstanden, was man machen soll. Immer nach rechts. Es ist auch einfach Kacke. Warum denn? Ja, weil das One... Wie, warum? Ich frage diesmal nicht auf wen. Ich hör einfach Pilgur wieder. Hab ich schon. Toll. Pilgur rettet uns alle. Yeah. BR. In neun Minuten nächster BR. Sehr gut. Ah, das ist die Lippaff. Achso. Und da unsere Tanks nicht drauf hören, dass die da oben stehen können. Wie bitte? Alle beide Tanks. Oh, ist das heutiger Shit ey. Hallo, beste Content hier. Ja, sorry. Oh mein Gott. Ey, wir kriegen wirklich den BR noch durch. Zehnnagel Joe belebt jetzt ein bisschen den Chat. Ehre. Aber es ist halt noch so ein Random Joker mit dabei, ne? Ja, das ist einfach der King. Achso was. Finde ich gut. Gleich abwärmen. Wir haben hier gesehen, du bist eine Elite, Junge. Könntest du mit uns eine Classic Gilde gründen? Es ist so geil. Jetzt wäre es so geil, wenn er einen Enrage Mode hätte. Dann schmeiß ich alles aus dem Fenster, was ich besitze. Let's go! So, weiter geht's. War der Erste. Oh, meine Hände riechen nach Curry. Es ist wirklich schön. Scarabeus, Scarabeus. 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 Er wird der ganze Scarabeus. Er wird weit und breit. Hello again. Du warst stattdessen alleine, hast du gut gemacht. Ja? Das war voll mit Absicht bestimmt. Steh immer alleine. Calculated. Der einsame Wolf, Mann. Auch immer auf Klassenfotos. Ich bin immer der, der da allein steht. Jahrelang auf diesen Augenblick hingearbeitet. We did it. We did it.